Servus meine Freunde zu einer neuen Folge Let's Play Rayman Legends Und da leuchtet schon, das heißt da gehen wir natürlich gleich hin Und schauen was da auf uns wartet, das Hammer, das Hammer, das Hammer Das Hammer glaube ich noch nicht Rettet Aurora Ah doch, das Hammer schon Naja, egal, brauchen wir nicht unbedingt dann Was noch, das Hammer, das Hammer, das Hammer, das Hammer Ui, das Rettetiva glaube ich hat die gerade geheißen Ja, dann retten wir halt die mal Und schauen wir was da auf uns wartet Ich weiß, dass man mit X in der Luft wartet Fuck Fuck So Ah fuck Bulle fallen einfach so random Gegner runter Warum auch nicht So Oh Ja Meins, 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 meine Lose Cool Und weiter Ah fuck Ich kam da nicht mehr irgendwie rauf, oder? Nee, fuck Das habe ich verschlafen So So Schön Position eingenommen Ui, die Ranken kann man Sehr schön Oh, schön durchgegleitet Sehr geil Ja Ja Jawohl Jetzt haben wir mal die 100 Wounds geknackt Das könnte nämlich dann auch für Gold ausreichen Fuck Wow Verdammt knapp Ja Da wollen wir uns auch noch etwas Ah fuck Nee Keine Chance Ich überleg gerade Wie ich das schaffen sollte Nein Tut mir leid Ich habe keine Ahnung Wie ich dich befreien sollte Okay Und Ah, da ist ein Bogen Wow Ab durch die Mitte Au, 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 au Nein Das sieht sich nicht aus Weg mit dir Boah, das war knapp Das war richtig Knapp Sehr schön Vorsicht mal hier Das wären viele Das wären zu viele Fuck, 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 fuck Jawohl Wir haben auch Und Ein von drei kleinen Dingen Leider heute nur Ui nicht so eine gute statistik viel zu wenig nicht mal glückslos bekommen acht damit ich brauche jetzt zwar nicht aber sie ist frei ist ja schön jetzt in dieser welt noch weiter oder nicht mehr haben die nicht sehr schön sehr schön damals durch ab in die hauptgalerie so jetzt hier ist das mein spanisch ist leider nicht so gut naja da dürfen wir auf eine riesen riesen wurscht reißen da müssen wir gleich noch verständlich glaube ich auch ja jawohl er ist immer noch saustark Nein, das geht sich nicht aus. Puh, das war knapp. Das war richtig knapp. Schwenk rüber. Jawohl. Ah, jetzt sind wir wieder groß. Schön. Sehr schön. Cool. Yay. Sehr schön. Ah, da wäre ein Kleinling. Er wird halt nicht mehr so easy zum Getreind sein. Sehr schön. Vorsicht vor den Kettensägen. Ah, da ist er. Jawohl, befreit. Sehr schön. Wie komme ich da für ein Herz? Ja, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. die messe sind mir dann doch zu erledigen das war nicht war leider überhaupt nicht das ist dann warten wir halt ab bis der unten ist genau ja genau was soll das kleine raymann jetzt weitermachen und darauf laufen oder kann auch noch laufen ja schön so kommt man da dran ja gut dass wir so klein sind alle müssen wir runter auch noch Fuck! Wir haben schon... Jawoll, Level geschafft, auch wenn es leider nicht so gut war, aber immerhin geschafft. Ich war, glaube ich, auch das Erste oder so, deswegen sollte ihr mir das verzeihen können, denke ich. Ja, auch von den Lunen her reicht nicht aus. Ja, viel waren es nicht geben. Was? Rette Estelia. Ja, dann retten wir Estelia. Passt. Schauen wir mal, was wir da machen müssen. Oh, ich muss rennen. Nein! Ah! Ah, endlich kommt schon das Feuer. Sehr schön. Hey, einen Lunen haben wir schon mal befreit. Sehr geil. Au, au, ah, fuck! Weg da, weg da, aus dem Weg. Geh mal den Plastiker wieder belesen. Jawoll. Sehr schön. Ja, geil. Sehr schön. Ja, geil. Sehr schön. Ja, geil. Sehr schön. Jawoll. Ah, den kriegen wir nicht. Doch, den haben wir noch bekommen. Ja, schön. Jawoll. Den zweiten kleinen Ding auch schon befreit. Nein! Ah, ich werde unter Bälle brennen. Ja, genau. Ah, das bekam er da nicht mal, ne? So, das war fein. So ein schöner Lauf. Jawoll. Perfekt. Weg da, rauf da. Uh. Ja, und nochmal drei befreit. Sehr schön. Jawoll, haben wir alle drei befreit. Perfekt. Ja, locker. Easy. Jawoll. Yeah, mit Gold abgeschlossen. So, wie sich das gehört. Und ein Glitz los. Sehr, sehr geil. Und ich glaube, da wurde gerade wer befreit, oder? Yeah, eine Schamanenkönigin. Sehr schön. Tour der Glasur. Ja, die machen wir auch noch. Das geht sicher locker aus. Oh nein, nicht eher. Jetzt verzaubert der uns wieder in den Gang. Ich mag dich nicht. Yay, Loons. Ja, Loons. Ähm. Yay, mein kleiner Helfer. Ey, ist so lustig. Oh. Sehr. Uah, fuck. Okay, das geht schneller weg als gedacht. Aber sehr schön, was er da produziert. Achte gerade drauf, ob ich da was machen muss. Ja, ich muss die Loons freischalten. Sehr schön. Sehr schön. Nein, ich bin echt zu dämlich. Naja. Ja, komm, 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 komm. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf. Jawohl, befreit. Weck ich dir. Stehen da. Ah, runtergefallen. Ne. Jawohl. Auf der königlichen Aufgabe. Das war easy gerade. Das war richtig einfach. Alter. Das hätte ich mir jetzt nicht so gedacht. Danke, wer das her hat. Sehr schön. So. Das habe ich eindeutig verschlafen. Naja, dann halt nochmal. Oh. Sehr schön. Uh. Jawohl. Befreit. Au. Nein. Ah, cool. Zählt schon. Oh. Was gefällt das auf mich? Jetzt schnell durch. Uh. Oh. Fuck. Das hätte mich eigentlich erwischt. Was ist denn da los? Komm schon. Komm schon. Jawohl. Sehr schön. Ah. Der Idiot. Das wollte ich nicht. Na super. Jetzt zündet der mich auch noch an. Ah. Ich verstehe. Ich verstehe. Ja. Mach schon. Hey. Ja. Hm. Wer schön. Nein! Ah, kein Idiot. Naja, so kann ich eh. Ich muss nochmal suchen den Kleinling. Boah, das war knapp. Alter, warum bin ich jetzt mitten durchgefallen? Oh. Sehr schön. Nein! Ah, ich muss meine Controllerhalterung ändern, wie es aussieht. Ach, damn it! Jetzt will es nicht mehr. Sehr schön. Und drauf da. Ha! Ich weiß schon, was da versteckt ist. Genau. Mach mal! Solang bis ich es schaffen, mir ist das egal. Warum versprengt er sich da von selbst? Ah. Mann, es ist heiß hier. Es gibt's doch nicht. Was ist mit dir los, Rayman? Rayguns. Ja, war gemein. Ja, war gemein. Ein noch. Gutes letztes Mal, hoffentlich. Ah, ich verstehe. Ich glaube, ich weiß, wie ich das machen muss. Ja. Ja. Nein. Zu früh. Nein da. Ja. Okay. Das wollte ich nicht. Nein. Aber jetzt habe ich es, wie es geht. Ich darf mich nur eben nicht vertippen. Jawoll, jetzt haben wir ihn. Sehr schön. Ein weiterer Freund, der auf dieser Reise wieder bei uns ist. Und der gibt's uns ein Herz natürlich. Voll nett. Sehr schön. Nein. Was hat das jetzt mir getan? Wow. Wow. Sehr schön. Jetzt. Jetzt komm zu mir. Jawoll. Sehr schön. Sehr schön. Jawoll. Level geschafft. Ja. Eine ist mir abgegangen. Ich weiß schon, welche das war. Naja. Was soll's. Sehr gut. Wie steht's aus für ein Looms? 150? 320? 400? 42? Was? Nein. Um 8 Looms. Ach fuck it. Was soll's. Jawoll. Da regnet Looms. Ey. 2. Neues Level freigeschaltet. So Leute. Damit danke ich mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und bis zum nächsten Mal. Euer Plastic LP. Tschüss.